Ja, was für Naturgesetze gibt es denn? Da gibt es einmal die Variante, keine Ausnahme. Also völlig ohne Ausnahme. Also ausnahmelos. So nach dem Motto, Ausnahmen bestätigen die Regel. Stimmt. Regeln, die haben Ausnahmen. Gesetze nicht. Da gibt es gar nichts. Also Gesetze sind wirklich absolut ohne Ausnahmegenehmigung. Und wenn es Ausnahmen gibt, dann sind es kein Wunder. Sondern dann hat man eben nur eine Regel vor sich. Eine Regel kann Ausnahmen haben, Naturgesetze haben keine. Also das ist gewissermaßen der unumstößliche Unterschied zwischen den Naturgesetzen und den Naturregeln. Regeln sind, die können auch mal Ausnahmen haben. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück, den ich schon mal angesprochen habe, nämlich das Problem der realen Systeme. Also Regelmäßigkeiten im Sinne von präzise regelmäßig. Das gibt es ja in realen Systemen gar nicht. Kann man von einer Regelmäßigkeit im Verhalten realer Systeme sprechen, wenn diese Regelmäßigkeiten in reiner Form nie beobachtet werden? Ich meine, wie kann man denn dann sicher sein? Ja, was man tut, ist etwas Irres. Sie machen sich keine Vorstellung. Jetzt kommt gewissermaßen die Überraschung. Jetzt habe ich so lange über Naturgesetze geredet und das stark gemacht und toll. Aber was wir eigentlich tun ist, wir abstrahieren auf eine ideale Welt. Ja, da gibt es keinen freien Fall. Den gibt es gar nicht. Den freien Fall, da gibt es immer, wenn Sie also zum Beispiel aus dem Flugzeug fielen, gibt es ja immer den Windwiderstand, Luftwiderstand. Es gibt auch kein absolutes Vakuum. Wir gehen trotzdem davon aus. Also es bleibt ja eigentlich immer irgendwas. Es gibt auch kein vom Universum isolierte Masse. Trotzdem tun wir so, als wenn eine Masse völlig isoliert vom ganzen Universum wäre. Es gibt keine idealen Gase oder Flüssigkeiten. Es ist immer irgendwie Reibung am Rand oder sonst irgendwas. Es macht immer Schwierigkeiten. Stellen Sie sich zum Beispiel mal an eine Brücke. Nein, Sie sollen nicht runter. Um Gottes willen, das meine ich nicht. Sondern nur mal gucken, wenn Sie eine Brücke über den Fluss und möglichst an einem Brückenpfeiler, dann sehen Sie, was an den Rändern dieses Brückenpfeilers passiert. Da treten Wirbel auf. Sonst nichts in der Strömung eines Flusses. Wunderbar, der strömt so ruhig vor sich hin. Aber am Rand, da passieren die Schwierigkeiten. Die Randbedingungen machen die Schwierigkeiten. Es gibt keine homogenen Gravitationsfelder. Die sind immer inhomogen. Das heißt, die ziehen sich zu einem Punkt hin. Es gibt auch keine reibungsfreien Bewegungen. Es gibt auch keine kräftefreien Bewegungen. In dieser Welt gibt es überhaupt nichts umsonst. Gar nichts. Also viele Naturgesetze beschreiben gar nicht wirkliche oder beobachtete, sondern nur fiktive Vorgänge. Um es zusammenzufassen, Naturgesetze beschreiben, wie sich reale Systeme verhalten würden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wären. Ja. Also gewissermaßen eine Konjunktivwelt. Also wie es wäre, wenn es so wäre, wie die Naturgesetze es bräuchten. Aber das ist das Wichtige. Dieser Kern, dieser ideale Kern eines Naturgesetzes ist es, auf das die Naturwissenschaft immer wieder gewissermaßen konzentriert ist. Da kann es Abweichungen geben, die werden dann gewissermaßen als Korrekturen drangehängt. Aber im Grunde, um das zu relativieren, also im Grunde genommen geht es uns um diesen idealen Kern eines Naturgesetzes. Also wir haben erst mal den idealen Fall und jetzt können wir von dem Idealfall auf den Realfall gehen. Dann sind wir gut dabei. Ja, das ist die Bedeutung von Naturgesetzen. Und das ist im Grunde genommen eine pragmatische Sichtweise. Wir können nicht alles erklären, also nehmen wir das, was wir erklären können und versuchen uns an die Welt heranzutasten. Das ist Pragmatismus, auch eine philosophische Position. Dass man gar nicht von einer idealen Welt, man geht zwar von einer idealen Welt aus, weiß aber ganz genau, ich lebe in einer realen, nehme das zur Kenntnis, nehme das hin, dass ich in einer realen Welt wohne und lebe und muss deshalb eben tatsächlich Korrekturen anbringen. Das ist eine pragmatische Weltsicht, die für die Naturwissenschaften von ganz großer Bedeutung ist. Denn die alltägliche Erfahrung lehrt eben diese große Bedeutung dieser pragmatischen Sichtweise. Also Naturgesetze, so wie wir sie formulieren, haben den großen Vorteil, dass sie Fahrkarten sind und zwar für die nächsten Naturgesetze. Alles, was wir in den Naturwissenschaften betreiben und damit natürlich auch philosophisch betrachten können von außen, im Rahmen einer Naturphilosophie-Vorlesung, hat etwas mit einem ganz starken heuristischen Wert zu tun. Wir wollen, dass das, was wir tun, uns erstens neue Fragen liefert, auf die wir wieder neue Antworten suchen können. Wir wollen, dass unsere Wissenschaften einen programmatischen Charakter haben. Ja, ganz wichtig. Also die Naturgesetze sind in diesem Sinne eben Werkzeuge. Und die können sich verändern. Die können sich verändern durch die Erkenntnisse, die wir haben. Ja, und da haben wir es dann im Grunde genommen schon geschafft. Fast die Naturgesetze und die Bedingungen der Erkenntnismöglichkeiten, das läuft dann auf den zentralen Punkt zu, was kann ich überhaupt wissen? Was kann ich von dieser Welt überhaupt erfahren? Ja, also der Arthur Ettington hat mal gesagt, wir haben gesehen, dass da, wo die Wissenschaft am weitesten vorgedrungen ist, der Geist nur wieder zurückgewonnen hat, was der Geist in die Natur hineingelegt hat. Das ist unser großes Problem, dass wir immer nie genau wissen, wenn wir etwas finden in der Natur, haben wir das schon gewusst, da wir ein Teil der Natur sind, oder ist es was Neues. Im Zweifel führt uns das Experiment immer wieder vor, dass es was Neues ist, oder ob wir etwas mit vergangenen Erfahrungen zusammenbringen können. So, der Punkt ist nun gewissermaßen, die philosophische Auseinandersetzung mit der Suche nach Naturgesetzen beginnt da, dass wir mehr brauchen, als das, was die Naturwissenschaften uns an Naturgesetzlichkeiten liefern. Also Selbsterkenntnis im Sinne von einer Reflektion über eine eigene Position, die braucht deutlich mehr, als die Naturwissenschaften liefern. Naturgesetze. Die Naturgesetze sind aber keine Erklärungen. Die Naturgesetze sind Beschreibungen. Und sie sind eigentlich ein Minimalprogramm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann sein, dass es noch ganz andere Naturgesetze gibt, aber die, die wir kennen, die müssen in diesem Sinne schon enthalten sein. Also wenn wir noch neue Naturgesetze erkennen, dann werden wir keine kopernikanische Revolution mehr erleben, sondern wir werden erleben, dass die neuen Naturgesetze, die wir kennen, die alten umfassen. In einem wirklich umfassenderen Sinne. So wie die allgemeine Relativitätstheorie die Newton'sche Physik enthält, so wird eine neue Theorie, wenn es denn solche geben sollte, die Physik, die wir bereits kennen, enthalten müssen. Das gilt auch für Besucher auf anderen Planeten. Die, die wir kennen, die Naturgesetze, und die durchs Experiment bestätigt sind, die bleiben auch so. Es wird keine Geschwindigkeiten oberhalb der Lichtgeschwindigkeit geben. Dies ist zwar vorstellbar, aber im Experiment längst geklärt, dass es nicht funktioniert. Es wird auch keine kleineren Skalen geben als bestimmte Skalen, von denen noch die Rede sein wird, wenn es um den Beginn des Kosmos geht. Alles das ist bereits da. Das lässt sich nicht mehr neu erfinden. Entscheidend ist, dass das, was zu den Naturgesetzen geführt hat, zu dieser Vorstellung, wir hätten ein Minimalprogramm, dass das Konsequenzen für unser Handeln haben muss. Also zum Beispiel müsste man die Frage stellen, das kann in dieser Vorlesung nicht mehr geschehen, aber man müsste die Frage stellen, sind wir frei oder sind wir komplett durch die Naturgesetze determiniert? Ist da was? Das ist ein typisches Beispiel dafür. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Kenntnis der Natur für unser Handeln? Was sollen wir tun? Wir haben jetzt auf der einen Seite die Problematik, was können wir wissen, was kann ich überhaupt wissen? Und wenn ich dann was weiß, mit den entsprechenden Einschränkungen in der Naturwissenschaft, mit den Beschreibungen, die uns zur Verfügung stehen, was kann ich dann damit anfangen? Was sind die Konsequenzen für mein Handeln dabei? Und das ist eine Frage, die sich in einem ganz anderen Zusammenhang stellt als nur in einem naturphilosophischen. Die Naturphilosophie kann an dieser Stelle zu einer ökologischen Philosophie werden. Dass sie nämlich die Verantwortung des Menschen für sein Handeln in den Mittelpunkt stellt und sagt, Naturwissenschaft liefert mir etwas und das war's. Und jetzt muss ich zusehen, wie ich mit diesen Erkenntnissen der Naturwissenschaften auskomme. Es kann aber auch sein, dass es noch nicht ausreicht. Dass unsere Erkenntnisse über die Natur, über die Naturgesetze noch nicht ausreichen, um uns klare Handlungsvorgaben zu geben. Am Ende stehen wir Menschen immer in dem Zwiespalt von Freiheit und Pflicht. Was ist unsere Pflicht und wo liegt unsere Freiheit? Wenn wir freie Lebewesen sind, dann können wir uns in Freiheit für das Gute entscheiden. Und dann werden uns die Naturwissenschaften Leitgedanken mitgeben, wie wir uns zu entscheiden haben. Aber entscheiden müssen wir uns letztlich immer selbst. Vielen Dank. Vielen Dank.